In diesem Video möchte ich dir eine Methode zeigen, wie du dir ein passives Einkommen aufbauen kannst mit ChatGPT, indem du wertvolle Informationsinhalte erstellst und anhand dieser Inhalte werden Menschen eine Kaufentscheidung treffen. Ja, also wir sind in der Lage mit ChatGPT etwas zu erstellen, anhand denen wir dann Menschen dazu bringen können, eine Kaufentscheidung zu treffen und natürlich werden wir dann an diesen Kaufentscheidungen natürlich beteiligt. Ich zeige dir also in diesem Video heute ganz genau, wie das funktioniert, welche wertvolle Infrastruktur du für Menschen aufbauen kannst, wie dort die Kaufentscheidung getroffen werden kann und wie du daran Geld verdienen kannst. Und ganz am Ende vom Video, da habe ich noch was ganz Besonderes für dich, deswegen bleib auf jeden Fall dran. Das kann sich nämlich lohnen, denn mit diesem Ding, was ich dir am Ende zeige, wirst du dieses Businessmodell nochmal auf ein ganz, ganz anderes Level heben können. Also, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und schauen uns mal kurz an, wie jetzt ChatGPT für uns in diesem Fall genutzt werden kann. Für alle, die es jetzt noch nicht genau wissen, was ChatGPT ist, das ist ganz schnell einfach abgefrühstückt, ist von der Firma OpenAI herausgebracht worden. Die Software ist im Prinzip eine künstliche Intelligenz, die darauf programmiert wurde, intelligente Antworten in Textform euch zu geben. Und das ist eben das Tool, was im Moment somit einer der fortschrittlichsten, öffentlich zugänglichsten, künstlichen Intelligenzen auf dem Markt ist. Und wir können uns das eben für die verschiedensten Businessmodelle zu eigen machen. Ich habe schon sehr, sehr viele Videos auf meinem Kanal hier gemacht, zu verschiedensten Möglichkeiten, ChatGPT zu nutzen, zu verschiedensten Einkommensquellen, wie wir das eben dafür nutzen können. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Link zu der Playlist ist auch in der Videobeschreibung drin. Übrigens, da ich oft darauf angesprochen werde, ja, ich habe auch ein Coaching-Programm auf Stundenbasis, wo ich euch eben helfe, verschiedene Einkommensströme aufbauen zu können. Da könnt ihr euch mal hier ganz unten auf der Seite anschauen, bastimjustiers.de slash 1 zu 1 Coaching. Bei was ich euch bei den Themen helfen kann, das sind eben die Preise, die ihr gerade seht. Wenn ihr da Interesse daran habt, mit mir 1 zu 1 zusammenzuarbeiten, dann gerne Link in der Videobeschreibung drin zu meinem Coaching. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. So, und wenn ich mich jetzt in ChatGPT einlogge, dann sieht das Ganze bei mir so aus. Und jetzt werdet ihr denken, hey, Moment mal, das ist ja nicht das Interface, das ich habe, wenn ich mich in ChatGPT einlogge. Manche haben vielleicht schon andere Videos von mir gesehen, wo ich diese Erweiterung hier nutze. Und diese Erweiterung von ChatGPT, die übrigens kostenlos ist, und ich zeige euch gleich, welche das ist, die sorgt dafür, dass ihr den Funktionsumfang von ChatGPT extrem erweitern könnt. Ja, ihr habt eben nicht einfach nur die Möglichkeit, einfach irgendetwas zu schreiben, sondern hier sind eben vorgefertigte Prompts, so nennt sich das Ganze, also vorgefertigte Anforderungsstellungen an ChatGPT, perfekt formuliert für die Software, um ganz, ganz andere und viel bessere Ergebnisse von der Software eben generieren zu können. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr diese Erweiterung bei euch in ChatGPT implementieren könnt und so diese Software für immer viel besser nutzen könnt. Und zwar handelt es sich um diese Chrome Extension hier, AIPRM for ChatGPT. Das Ganze ist eine kostenlose Extension, also eine kostenlose Erweiterung für euren Google Chrome Browser. Ob es auf anderen funktioniert, auf anderen Browsern, glaube ich nicht. Deswegen müsst ihr hier schon über Google Chrome gehen. Hat eh die meisten Erweiterungen, würde ich euch eh mal empfehlen, wenn ihr im digitalen Bereich unterwegs seid. Deswegen einfach hier dieses, einmal hier eingeben, AIPRM for ChatGPT, dann zu Chrome hinzufügen. Mir steht jetzt natürlich schon, dass ich das jetzt entfernen soll, weil ich es natürlich schon dabei habe. Und dann müsst ihr einfach nur noch einmal ChatGPT neu laden und dann sieht das Ganze bei euch eben auch schon genau so aus. Und jetzt zeige ich euch mal hier den magischen Trick, wo wir draufklicken müssen, damit wir eben jetzt in die Umsetzung kommen für unsere Strategie und diese passive Einkommen aufbauen können. Und zwar geben wir jetzt hier oben bei dieser Suchleiste ein, einfach mal Top 5. Ich erkläre euch gleich noch ein bisschen, ja, mit dem Leerzeichen müssen wir was machen. Ich erkläre euch gleich noch, was das hier überhaupt alles ist und was wir damit machen können. Aber jetzt einfach erstmal nur die Strategie, wie ihr damit Geld verdienen könnt. Wenn ihr den Top 5 hier oben eingibt, dann bekommt ihr eben diese Kachel hier, die ihr anklicken könnt. Und hier steht jetzt eben Top 5 Product Review Articles. Und was bedeutet das Ganze jetzt? Hier ist auch eine kleine Beschreibung drin, dass man eben Amazon-Affiliate-Webseiten damit einfach Product Reviews schreiben kann. Und genau das ist unsere Strategie. Wir wollen, wie gesagt, wertvolle Informationsinhalte für Menschen aufbauen. Und das tun wir, indem wir wertvolle Textinformationen schicken an Menschen, die sagen, okay, ich möchte ein Produkt kaufen, aber ich weiß noch nicht welches. Ich bin noch in der Phase, in der sogenannten Customer Journey, also die Reise des Kunden. Da ist der Kunde oft in einer Phase, oder meistens in einer Phase, wo er Produkte vergleicht. Und ich zeige euch das gleich mal anhand von einer Kaffeemaschine, weil ich das selber aus meinem eigenen Büroalltag kenne, zeige ich euch mal, was ich damit meine. Das heißt also, der Kunde sagt jetzt, ich möchte einen Kaffee-Vollautomaten kaufen und geht jetzt eben auf Amazon und vergleicht jetzt eben diese verschiedenen Produkte hier. Ich habe jetzt einfach mal diese Films-Maschinen rausgepackt, ganz einfach, weil ich selber, ja, schon mal genau in dieser Phase war und eben diese verschiedenen Films-Maschinen auch verglichen habe. Natürlich keine Produktplatzierung hier, irgendwie keine Werbung für Films. Es wäre schön, wenn ich gesponsert wäre von denen, aber nein, das bin ich nicht. Das heißt also, ich habe jetzt einfach mal hier einfach drei verschiedene Films-Maschinen aufgebaut. Einmal eben die hier für 289 Euro, einmal die für 349 Euro und den Preisschlager hier für 595 Euro. Und das sind so die verschiedenen Stufen von diesem einen Kaffee-Vollautomaten. Und jetzt möchten wir uns in die Lage versetzen von einem Kunden und wir sagen mal, der möchte jetzt eben auch diese Kaffeemaschinen vergleichen und eine davon am Ende kaufen. Und er möchte jetzt einfach wissen, was ist für ihn die beste Kaffeemaschine nach seinen Bedürfnissen. Also, was wird er machen? Er wird googeln. Er wird googeln und versuchen, einen Informationsblock zu finden, irgendwelche Informationstexte, die ihm bei seiner Entscheidungsfindung helfen. Und genau diese Entscheidungsfindung, die möchten wir ihm bieten. Und das machen wir eben, indem wir jetzt sagen, mit dieser Ergänzung hier können wir über diese Top 5 Product Review einfach ihm einen Vergleichsartikel schreiben. Das heißt, wir wollen einen Blogartikel schreiben, einen Vergleichsartikel, der diese drei Produkte in dem Fall eben miteinander vergleicht. Das heißt, wir klicken jetzt einfach mal hier drauf und jetzt seht ihr eben hier unten, hat sich auch diese Output-Fenster von ChatGPT etwas verändert. Denn jetzt kann ich hier ein bisschen was einstellen. Ich kann hier Sprachen noch mit einstellen und hier steht jetzt eben schon, ich soll fünf Produkte reinpacken und ich soll sie eben trennen mit Kommas. Das heißt, das machen wir jetzt nochmal. Ich nehme jetzt also hier aus den Bereichen hier die Namen der Produkte einfach mal raus und packe sie hier in ChatGPT, mache dann ein Komma, gehe zum nächsten Produkt, packe auch das hier mit rein und so könnt ihr im Prinzip dann immer Produkte einfach schreiben. Ihr habt ja gemerkt, Top 5, das heißt, ihr könnt ja maximal fünf Produkte miteinander vergleichen. Viel mehr würde ich euch übrigens auch für so einen Artikel erstmal nicht empfehlen, denn es gibt ja auch, ihr kennt vielleicht schon mal diese Seiten, die sehr, sehr viel miteinander vergleichen, aber wenn dann irgendwann zehn, zwölf Produkte vergleichen wir miteinander, das ist auch für den Leser viel zu überfordernd, das ist nicht gut, deswegen drei bis fünf Produkte, das ist in Ordnung, maximal fünf Produkte vergleichen, macht Sinn. So, wir haben jetzt das hier alles reingepackt, wir haben jetzt die verschiedenen Namen von diesen Kaffee-Vollautomaten einfach reingepackt mit den Seriennummern, damit er das Ganze vergleichen kann und ich möchte jetzt von ChatGPT also einen Artikel geschrieben haben, der genau das macht, der eben diese drei Produkte miteinander vergleicht, mir die Vor- und Nachteile gibt und so weiter und das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist, einfach mal auf Go klicken und mal schauen, was ChatGPT hier macht. So, und jetzt müssen wir noch eine Sache bedenken, er schreibt das Ganze gerade auf Englisch, obwohl wir es gerade auf Deutsch geschrieben haben, das macht er manchmal, ist aber gar kein Problem, wir können ChatGPT dann am Ende einfach sagen, schreibt mir das bitte nochmal auf Deutsch, gar kein Problem, dann übersetze er das Ganze, aber ich glaube, die meisten hier, die können auch Englisch, das heißt, wir gehen es einfach mal, das ist im Englischen hier durch, dass ChatGPT Übersetzungen machen kann, das sollte euch klar sein und wenn ihr den Übersetzungen von ChatGPT nicht traut, könnt ihr auch noch sowas wie diepel.com benutzen, da macht es dann eben auch nochmal gute Übersetzungen. Das heißt also, hier schreibt er mir jetzt aber, wie ihr seht, hier einen kompletten Suchmaschinen-optimierten Artikel, das ist eben auch ganz wichtig, wenn ich halt solche Vergleichstexte hier mache, dann ist ganz wichtig, dass ich den auf meinem Blog baue, auch für die Suchmaschinen, dass ich eben auch gefunden werde, dass Menschen, die eben jetzt Sachen sagen, okay, Vergleich Philips Kaffeevollautomaten, dass ich dafür dann ganz oben in Google stehe, damit die auch meine Artikel finden können, die Leute und anhand eben dieser Suchmaschinen-optimierung kann ich dann eben die besten Informationen liefern. Also wir sehen jetzt hier, es wird der SEO-Titel eben gesagt, die Top 5 Philips Kaffeevollautomaten Review in 2023, which model should you buy, also welches Modell sollte ich kaufen, also ein schöner Titel, passt perfekt und hat auch eben genau das einfach mit integriert, was wir denn auch brauchen, nämlich eben diese 5 Kaffeevollautomaten. Jetzt hat er noch die Meta-Description geschrieben, das ist immer das in Google, was wir eben brauchen. Ich kann dir das mal ganz kurz einfach nochmal zeigen. Vollautomaten, wir gehen das mal ganz kurz in Google, ich packe das mal kurz rein, Top 5 Kaffeevollautomat, dann seht ihr genau das hier, das hier unten, also das hier ist der SEO-Titel und das, was hier unten alles steht, das ist die Meta-Description und die hat er uns eben auch geschrieben, das ist für die Suchmaschine-Optimierung ganz, ganz wichtig. So, jetzt hat er eben gesagt, Produkt 1, das wäre jetzt eben die erste Kaffeemaschine, da hat er jetzt auch die H2-Überschriften schon gemacht, auch sehr wichtig für Suchmaschine-Optimierung, sehr, sehr gut. Nehmt jetzt eben hier nochmal die Seriennummer und dann sagt er hier der perfekte Espresso-Macher, okay, dann müsste man vielleicht nochmal schauen, ist das jetzt im Prinzip wirklich richtig für Espresso, weil wenn es um Kaffeevollautomaten geht oder gibt es da andere Vorteile, aber nehmen wir es einfach erstmal so und jetzt hat er eben das ein bisschen beschrieben, die Long Discussion, was er hier so ein bisschen geschrieben hat, dann Features hat er reingepackt, Warranty und Service hat er reingepackt und so weiter, auch nicht schlecht. Dann hat er hier nochmal Vor- und Nachteile reingepackt, auch nicht schlecht, das könnten wir dann in einem Artikel eben auch nochmal schön mit Bullet-Points, also mit Stichpunkten aufbauen und, und, und. Und ihr seht eben, der schreibt und schreibt und schreibt und schreibt immer weiter. Jetzt hat er hier aufgehört, das kennt man ja schon von ChatGPT, da macht man und sagt aber immer einfach nur noch weiter, einfach nur reintippen, dass er hier sagt, hey, mach mal bitte weiter und schon würde er weiterschreiben. Das ist gar kein Problem, seht ihr, jetzt macht er hier einfach weiter, wunderbar. Also, das ist im Prinzip genau das, was wir wollen. Er schreibt euch ja wirklich in Windeseile einfach einen Vergleichsartikel. So, wichtig an der Stelle, bitte nehmt nicht zu 100% einfach nur das, was wir hier sehen. Das ist das Grundgerüst von diesem Artikel. Eure Aufgabe ist es jetzt, diese Produkte, die ihr auch eben hier schon offen habt, einmal wirklich euch komplett einmal durchzulesen in den Produktbeschreibungen, das hier auf Amazon steht ja hier genau, alles, was ihr wissen müsst. Das heißt, einmal das hier durchlesen und erstmal den Text von ChatGPT auf Richtigkeit überprüfen und natürlich dann entsprechend anpassen, wenn irgendwelche Fakten nicht stimmen, wenn ihr sagt, okay, ich würde gerne auf einen anderen Schwerpunkt eingehen, jetzt eben vielleicht in diesem Fall hier nicht Espresso, sondern eben, ja, Kaffee normal, Kaffee Cappuccino, was auch immer und dann habt ihr eben so ein bisschen das Qualitätsmanagement hochgehalten, was ganz wichtig ist. Also immer ganz wichtig gesagt, nicht immer 100% einfach nur das nehmen, was ChatGPT macht. Es ist ein Grundgerüst, ihr könnt 40, 50% davon nehmen als Gerüst, aber der Rest ist eure menschliche Intelligenz, die ihr reinbringt. Das heißt, a, wahrheitsgemäß prüfen, inhaltsgemäß prüfen und natürlich dann auch auf eure eigene Sprache anpassen, weil ChatGPT ist noch nicht so gut, dass es immer auch die richtige Sprache wählt, die richtige Ansprache wählt. Bringt euren eigenen Stil da rein und veroptimiert das Ganze dann. Und dann habt ihr wirklich aber, wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr den Fakten gecheckt habt, wenn ihr das einfach ein bisschen an euch, an eure Sprache angepasst habt, habt ihr eben, ihr seht hier einen guten Artikel geschrieben, den ihr auch noch ausbauen könnt, ihr könnt auch noch mehr machen, ihr könnt zum Beispiel sagen, hey, schreibt mir bitte mal hier noch ausführliche Pros und Konze diesen Abschnitt und macht das bitte in Bullet Points, würde das auch für euch machen. Das ist einfach noch ein großer, informativer, guter Artikel wird und dann kann das nach und nach auch wirklich gut gerankt werden. Und so habt ihr eben wertvolles Potenzial geschaffen und ihr könnt dann eben den Leuten diese Informationsartikel hier anbieten. Und die Frage ist natürlich auch jetzt, wie verdienen wir damit Geld, wenn wir also diesen Artikel erstellt haben und wertvolle Informationen aufbereitet haben, diese Produkte miteinander verglichen haben, dann möchten wir ja auch daran Geld verdienen. Natürlich trifft ja dann der Besucher dieses Artikels eine Kaufentscheidung. Also entscheidet er sich jetzt am besten natürlich für uns, für diese Seite hier, für diese Kaffeemaschine, weil sie natürlich den höchsten Preis hat und dann können wir uns natürlich immer am Amazon Partner nett anmelden. Ja, das heißt einfach hier einen Account anlegen. Ihr habt es gesehen, ihr seht es auch, ich bin hier selber mit meinem Account natürlich drin und dann könnte ich hier sagen, hey, ich habe hier einen Account, beziehungsweise das ist auch ein neuer Account von mir, sehe ich gerade, das ist gar nicht der, den ich sonst habe. Aber das ist auf jeden Fall, wo ihr dann sagen könnt, hey, ich möchte jetzt damit Geld verdienen, wenn ich in meinem Artikel meine Kaffeemaschine eben verlinke, dann möchte ich damit Erfüllprovisionen verdienen und ihr seht das Ganze hier unten bei Elektronik, das ist dann eben bei Elektrogeräten dabei, könnt ihr 3% Provisionen verdienen, das heißt immer, wenn jemand sich dann für diese Maschine hier entscheidet, bekommt ihr 3% von diesen normalerweise 700 Euro Verkaufspreis, in dem Fall jetzt aber immer 595, ich glaube, das ist fast dauerhaft, mit diesen 15% hier bei Amazon mit drin. Ist ja auch so ein kleiner Verkaufstrick, ne, also nicht ganz ernst nehmen, diese Preise bei Amazon. Aber ihr bekommt von diesen knapp 600 Euro eben dann die 3%, was auf jeden Fall nicht schlecht ist, ist jetzt nicht die Masse, aber ihr müsst immer daran denken, das ist ja nur ein einziger Verkauf und Leute kommen immer, immer wieder da auf euch zu und kaufen auch immer, immer wieder eure Sachen. Das heißt, wenn ihr 100 Leute im Monat habt, die das eben kaufen, dann kommt da auch ganz schön was zusammen. Und so könnt ihr eben nach und nach euch ein stabiles Einkommen aufbauen, ein passives Einkommen aufbauen, weil die Leute können Tag und Nacht auf eure Artikel kommen, auf die Produkte klicken, euch Provisionen hinterlassen und das ist eben eine feine Sache. Ihr habt immer die Möglichkeit hier ein passives Einkommen aufzubauen anhand von wertvollen Informationen und das ist übrigens immer eine der besten und nachhaltigsten Einkommensquellen, die man überhaupt aufbauen kann. So, und ich hatte ja gesagt, zu guter Letzt kommt noch ein kleines Goodie und zwar habe ich einen Chat-GPT-Kurs in die Welt gesetzt und zwar auf Udemy und das heißt für euch absolute Tiefpreise, was Online-Kurse angeht. Ja, nämlich hier, ihr seht es auch gerade, ich habe diesen Kurs immer für dauerhaft 19,99 Euro drin, den werde ich auch nicht erhöhen und für 11,99 Euro ist er auch gerade im Angebot noch einen Tag, während ich das Ganze hier aufnehme, bis nach, noch bis zum 15. Februar, also noch bis, bis nach Valentinstag könnt ihr euch den Kurs sogar noch günstiger holen für 12 Euro. Das sind 6,5 Stunden Videomaterial zum Thema Chat-GPT. Das ist eben das kleine Goodie, was ich versprochen habe. Da habe ich nämlich auch ein Dreiviertelstunde Video auch drin, zum Beispiel, wie ihr mit Chat-GPT wirklich von A bis Z auch einen Blogartikel nochmal aufbauen könnt. Ganz, ganz detaillierte Informationen, Anleitungen und Tutorials dort drin. Schaut da gerne mal rein, das wird sich auf jeden Fall für euch lohnen, da bin ich mir ziemlich sicher und da würde ich sagen, der Link dazu ist übrigens in der Videobeschreibung, ganz klar, von meinem Kurs. Würde mich freuen, wenn ihr dabei Teilnehmer seid, wenn ihr dort zufrieden mit seid, könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr davon was mitnehmen konntet. Ich würde euch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr noch mehr Einkommensquellen wissen möchtet zum Thema Chat-GPT, auch da in der Videobeschreibung ist die Playlist da verlinkt, da könnt ihr euch gerne mal inspirieren lassen, ist bestimmt vieles für euch dabei. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.